Alles in unserem Leben wird immer smarter und auch ich bin ein riesen Fan davon einfach einen Saugroboter durch mein Zimmer fahren zu lassen. Und in diesem Video möchte ich euch den D-Bot N79S vorstellen, der zusätzlich auch noch eine Smart Home Anbindung hat. Also viel Spaß! Vom Aussehen her sieht der N79S wie jeder andere Saugroboter aus, was einfach zeigt, dass dieses Design sehr effektiv ist. Auf der Oberseite haben wir einen Start- bzw. Pauseknopf, eine LED und das war's. Die Unterseite wiederum ist bestückt mit zwei rotierenden Bürsten, womit der Saugroboter auch Innenecken und an Kanten gut saugen kann, sowie die Hauptbürste, die dafür sorgt, dass der Dreck in dem Auffangbehälter landet. Dieser kann an der Hinterseite entnommen werden und da passt auch einiges rein. Natürlich ist der Umfang nicht so groß wie bei einem klassischen Staubsauger, aber dieser hier ist eben auch deutlich kompakter und in meinem Zimmer hatte ich damit keine Probleme. Die Ladestation für den Saugroboter habe ich unter meiner Klamottenkommode hingestellt, wo der Saugroboter nicht mein Blickfeld stört und auch nicht im Weg steht. Sobald er sich dann aber auf den Weg durchs Zimmer macht, kommt er einfach rückwärts rausgefahren, dreht einmal um und fängt an zu saugen. Allerdings muss man darauf achten, dass keine groben Gegenstände im Raum stehen oder auch Dinge, die kaputt gehen können, sollten gut gesichert sein. Mir ist es nur einmal passiert, dass ich noch ein Kabel in der Ecke liegen hatte, wo sich der Saugroboter dann verfangen hat, aber wenn man das vermeidet, steht einem sauberen Raum wortwörtlich nichts mehr im Weg. Dadurch, dass der Roboter weniger als 8 cm hoch ist, kann er in vielen Fällen auch unter einem Sofa oder Regal problemlos saugen, wobei das natürlich auch nicht für jedes Möbelstück gilt, aber bei uns im Haus zumindest gibt es da keinerlei Probleme. Der D-Bot kann durch die Räder zum Fortbewegen auch über Teppichkanten fahren und so auch an diesen Stellen den Boden problemlos saugen. Die Teppichkanten oder generell Kanten dürfen dann aber nicht höher als 1,4 cm sein, was aber auch bedeutet, dass er über passende Türschwellen hinwegkommt. Und damit der Boden auch wirklich sauber wird, gibt es verschiedene Modis. Zum einen gibt es den automatischen Modus, den habe ich tatsächlich in den meisten Fällen genutzt und darüber hinaus gibt es noch einen punktuellen Modus, einen Intensivmodus sowie einen Kantenmodus, der dafür sorgt, dass besonders eben die Seitenbereiche vom Raum besonders gereinigt werden. Der gesamte Saugroboter kann zum einen über die beigelegte Fernbedienung gesteuert werden oder auch über die Smartphone-App. Diese App gibt es natürlich für Android und iOS und darüber könnt ihr auch die einzelnen Modis einstellen, sowie den Saugroboter auch manuell durch die Räume steuern. Außerdem habt ihr in der App auch die Möglichkeit einzelne Regeln festzulegen, also wann der Saugroboter immer saugen soll, beispielsweise jeden Montag um 10 Uhr. Damit aber nicht genug, denn der Saugroboter lässt sich zusätzlich auch noch per Amazon Echo steuern. Starte die Reinigung mit D-Board. Stoppe die Reinigung mit D-Board. Okay, der D-Board wurde angehalten. Perfekt. Auf der Vorderseite hat der Roboter natürlich Sensoren, damit er Hindernisse erkennen kann und nicht mit voller Geschwindigkeit gegen diese fährt, aber es ist schon so, dass er die Gegenstände auf jeden Fall leicht berührt, aber Schäden habe ich bei mir davon noch keine. Nach unten hin hat der D-Board eine Erkennung für größere Stufen sozusagen oder auch Treppen, so dass er dort nicht einfach runterfährt, sondern anhält und dann vorsichtig in eine andere Richtung weiterfährt. Und das mag ich an einem Saugroboter. Er spart mir so viel Zeit, da ich nicht mehr selbst saugen muss, sondern den Saugroboter einfach saugen lasse, wenn ich nicht da bin. Allerdings bin ich der Meinung, dass ein Saugroboter im Allgemeinen aktuell noch nicht die gesamte Arbeit übernehmen kann. Für die tägliche Reinigung ist es definitiv gut. Jedoch gibt es Ecken, die sollte man dann hin und wieder auch mal per Hand sauber machen. Falls der Akku leer sein sollte, fährt der Saugroboter auch selbstständig wieder zur Ladestation und wird dort innerhalb von circa vier Stunden wieder aufgeladen, bevor er wieder gut anderthalb Stunden saugen kann. Das Einzige, was ich mir noch zusätzlich wünschen würde, wäre eine Anbindung für den Google Assistant, weil ich persönlich den im Alltag einfach gegenüber dem Amazon Echo bevorzuge. Aber ich muss sagen, für 249 Euro bekommt man hier einfach ein super Tool, weil ich meine, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man dadurch spart, dann sollte einem das Geld auf jeden Fall wert sein.